Ja, wir starten wieder hier. Jetzt muss ich aber schauen, was wir überhaupt für Quest noch haben. Oder ja, wo wir gerade waren. Genau, der exklusive Club, da will ich noch nicht rein. Ein Mann am Strand hat im Wasser ein verlorenes Amulett gesucht. Ah, genau, das Rätsel. Konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ob unter oder aufgefangen, steinender Anblick in der Stelle. Also das klingt mir ein bisschen nach einem Wasserfall. Wache Augen Mittag entdeckt, weil der Tag sich verdunkelt nur im Moment, also das ist wieder die Sandfinsternis erlischt und wieder brenn das größte Auge, start dich an, brenn sich kreisen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ah, der Luftballon nördlich von Nava habe ich jemand getroffen, der, genau, ähm, sie wünscht sich damit Passagiere zu werden, aber sie hat Schwierigkeiten, ihre Erfindung angemessen zu beschreiben. Ähm, da können wir ja schauen, ob wir irgendwie, ähm, ja, ob wir irgendwie das mit, ähm, der Zeitung schaffen, dass die einen Artikel für uns verfassen. Rommel in der Nacht. Rotforst gehört, ich sollte mich dort umsehen. Ah, ja, genau. Ähm, da brauchen wir den Fisch. Tims Befehl, Warnungsplakat, ja. Zara hat leere Flasche gegeben. Genau, aus den fünf heißen Quellen. Hackelt es bei euch auch? Quest mit Amulett kannst du erst machen, wenn du, äh, das Rätsel von Modvelo gelöst hast. Ah, ja. Jetzt schon nicht mehr, äh, was war denn das? Okay. Also, äh, bei mir sind eigentlich konstante 6000 hier rüber rum. Also wenn, müsste es entweder an, äh, Twitch liegen oder an deiner Internetverbindung. Aber bei mir ist es, äh, konstant. Gut. Aber, äh, gerne ich kann ja immer sagen, dann, äh, äh, genau. Achte ich mehr drauf. Gut. Dann machen wir uns mal wieder auf in die Stadt. Beziehungsweise wir haben ja noch Maleaufträge, ne? Äh, warte, das war C. Äh, Wassermühle? Haben wir gemacht, glaub ich? Lehmhaus? Ach so, Hagel. Ah, sorry. Ja, ich, ich hab nicht verlesen. Ähm, ein natürlicher Bogen. Natürlicher Bogen befindet, also quasi eine natürliche Brücke aus Stein. Also, keine Handgemachte, sondern eine Steinformation. So, das nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall donnert das gerade, oder? Oder ist es in-game? So. Gut, ich, ich schau mal kurz, ähm, warte, äh, bei meinen Bildern nach. Das ist der Luftballon, das ist die Wassermühle. Na. Ähm, ich hab ja überlegt, dass wir der Zeitung, ähm, wir der Zeitung irgendwas geben? Die meisten Quests schläft man eh, wenn man einfach spazieren geht. Also eine Questfolge. Hm. Nur die, oh ja, ist dauernd gerade, heftig. Oh, cool. Äh, man arbeitet sich eher alle gleichzeitig eh irgendwie ab. Ah, cool. Okay. Hm. Also natürlicher Bogen ist das ja nicht, ne? Ein natürlicher Bogen. Ein Landschaftsbild kaufen. Ja, Landschaft, ja. Wow. Jetzt geht's aber ab. Cool. Über da. Da sind wir hier ja ziemlich sicher. Oh, ähm, Momentchen. Ich mach mal lieber meine Tür zu. So. Gut. Ich hab sie gerade zugemacht. Aber den Henkel habe ich noch nicht zu. Äh, oder umgeschaltet. Und gleich ist sie wieder aufgesprungen. So. Wow, jetzt geht's aber auch hier. Schon nice. Hm. So. Dann. Ja. Ähm, ich, ich, äh, schau mal kurz. Also ich, äh, erstmal, äh, die eine, äh, das eine Bild ab. Dann gehe ich zur Zeitung. Und dann machen wir das, ähm, ja, dann schauen wir einfach, wie das mit dem, äh, Quellen ist und so weiter. So, die Quelle ist ja am Strand. Da ist ja das Date von den, bei den Ladies. Ich hoffe, da platzen wir dann nicht rein. Aber glaubt nicht. Äh, da drüben. So. Drüben ist die Zeitung. Gut, doch, der Herr. So, ein Hühnchen. Herr, wieder die Musik. Did you pick up a paper? Äh, äh. Looks like you already have the lady. Would you like to donate a glowstone to the shady and post so we keep the paper free with thank you for your contribution. Aber an, also ich. Did you pick up a paper? Ja. Would you like to donate a glowstone to the shady? No problem. Ähm, hab ich ja gerade gemacht. Also da können wir anscheinend nichts machen. Okay. Wie sollen wir dann am besten die, diese Heißluftfahrt, Heißluft, pardon, fahrt, ähm, bewerben? Warte. Äh, hier. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Äh, Aufträge abgeben. Okay. Ähm. Eine Windmühle. Hä? Ist quasi das, das gleiche nochmal, oder was? Ist quasi das, das gleiche nochmal, oder was? Okay. Hä? Okay. Hä? Egal. Blalalala. So, dann würde ich sagen, warte, wie viele Stones haben wir denn? 88. Da könnten wir uns jetzt auch die, die Angel kaufen. Und dann können wir die Quest mit dem, ähm, bösen Fisch dann auch machen. Guten Tag. Gut doch. Äh. Ah ne, das, das war nicht die. Natürlich bei den Fischen. Wo war ich nur mit den Gedanken hier? Ähm, 40? Ja. Gut. Dann haben wir ne Angel. Sehr gut. Wassermühle, Windmühle. Du hast ne Wassermühle gemalt. Ah. Echt ne Windmühle? Es steht nicht dick genug dran. Oh man. Okay. Ne Windmühle. Find ich auch. Die sind sehr schön. Ah. Ich bin zu dick. Ähm. Wie können wir, wie können wir das machen, dass, äh, die in den Ballon da steigen? Uiuiui. Zum Glück hab ich hier so, so ein Programm, dass das, ähm, dass diese Hintergrundgeräusche immer ausblendet, weil sonst wäre die ganze Zeit mega dröhnen bei mir. Oder halt immer wieder. So, dann wollen wir mal, äh, in den Wald gehen. In den Rotforst. Und dann schauen wir mal, ähm, ja dann, dann schauen wir mal, was es mit den Klacken und Klicken und so weiter auf sich hat. Weil, äh, da war ich doch schon ein paar Mal. Und, äh, da ist uns ja eigentlich nichts aufgefallen, ne? Äh, ich, ich war hier am, ne, ich war, ja doch, ich war sogar da. Ich war hier doch schon. Muss ich ja an einem bestimmten Zeitpunkt hier sein? Wahrscheinlich. Oder es ist die, äh, Frau, die die ganze Zeit. Ähm. Ah, die Spiegel sind jetzt weg. Oder es ist, äh, die Frau, die irgendwie klackt und klickt. Ah, ne, die Spiegel sind wieder da. Lies nochmal, was drin stand. Zu Befehl. Ähm. Trommeln in der Nacht. Ja, sag ich doch, wir müssen, äh, zu einem bestimmten Tag, Zeit, Nacht, Zeit, da sein. Habe ich noch gesungen? Habe ich noch gesungen? Upsi. So. Gut, aber wir, wir haben schon mal. Ähm. Ähm. Wir haben ja jetzt schon den Mantel, das heißt, wir können das sogar machen. Ähm. So, Luftballon, letzter Wunsch. Ähm. Riesiger Baum. Das haben wir. Den höchsten Gipfel. Gemeindeturm in der großen Stadt. Ach, der Gemeindeturm in der großen Stadt, da waren wir ja. Aber okay. Ah, der höchste Gipfel. Ich könnte mir denken, dass es das da ist. Können wir da schon hin? Ne, da ist ein Fluss. Der höchste, ja, wobei. Okay. Kann ich da hin? Wahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich mit dem Ballon. Dahin. Irgendwie. Ja, aber macht Sinn. Ähm. Hier komme ich ja sicher auch irgendwann hin. Hm. Ich schaue mal, ob ich ja zu Fuß da hochkomme, aber... Fägst du gerade die Blumen? Ja. Ähm. Ja. Okay. Oder, ne. Die Erde zwischendurch. Okay. Ist bestimmt staubig, also das muss ja... Man muss das halt manchmal machen, ne? Ah. Na ja. Jeder, der einen Garten hat, weiß, dass man auch manchmal fliegen muss. Ist das halt so. Ich frag dir, äh, mal kurz, ob ich fliegen kann, aber ich glaube, das konnten wir nicht. Hallo, guten Tra... Nee. Ja, ich wär da. Äh, ja, ich, ich bin ja da. Ey. Wie dein Stream einfach perfekt läuft und bei mir hängt die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als würden wir dasselbe Internet haben. Echt? Bei dir hängt's? Hm. Also, ähm, an sich, wir haben dasselbe Internet, aber wir benutzen nicht die selbe, ähm, dasselbe quasi, weil ich, ähm, benutze ja nur Upload und, äh, du benutzt Download. Und wenn jetzt zum Beispiel, äh, bei uns... Ah. Okay. Jetzt, jetzt, äh, seid ihr wieder da. Gut. Das ist echt komisch, weil, ähm, es, es war nur eine kurze Unterbrechung. Also, es war irgendwie, ähm, irgendwie zwei Sekunden oder drei Sekunden, äh, rot. Also, dass, dass ich halt nicht mehr streame. Wurde gleich auch angezeigt. Und, äh, dann bin, also, dann war's wieder online. Und dann braucht es irgendwie so lange, um wieder komplett online zu sein. Ah. Cool. Naja. Ich hab wieder was gelernt. Hm. Hm. Hm, Renja, ähm, du, ähm, du wurdest rausgeworfen, weil wir rausgeworfen wurden. Also, äh, ähm, der Stream war offline. Ja. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ah. Oh Mann. Gut. Ähm, ich hab, äh, noch... Hm. Hm. offline genau ich wollte eigentlich noch warten bis die ich dachte die zensur hilft ich wollte noch kurz warten bis die sonnfinstern ist wieder vorbei ist weil ich glaube mit sonne ist die skulptur die struktur irgendwie besser zu sehen so auf jeden fall hier komme ich wieder hoch das ist sehr gut warte mal jetzt wird es zu schlafen genau da kommen wir wieder hoch okay da hätte ich gar nicht die abkürzung nehmen müssen okay ist natürlich auch ein deutschland ding oder einmal kurz gewitter alle werden rausgeschmissen spaß so bitte sonne wir sind gerade da schnell hofküste stein quellküste warte mal bei welcher küste bei welcher küste war war die quelle beziehungsweise das date von den beiden zugang zu nava tente zweite chance künstler ah ok da wo war so ist ah ja ok war so ist ja hier also stein quellküste wahrscheinlich dann irgendwie hier oder so könnte ich mir gut vorstellen sonne ja egal ich mal jetzt einfach aber verdammt hier ist stein ich will irgendwie den den raum besser in zähne setzen aber er ist halt ein bisschen dunkel ja ok wir gehen jetzt mal zu der quelle schauen ob wir da irgendwas finden können beziehungsweise wir müssen ja da wasser schöpfen und genau es kommt glaube ich auch eher selten vor dass tobi sagt ja sonne es kommt wirklich selten vor gut ah ja ich bin so ein dieb unklar ja ich glaube ich gehe gerade ein bisschen falsch aber dann auch wieder nicht ich muss ja irgendwie querfeld eingehen um die ganzen sachen zu sammeln hier genau hier ist die brücke dann dahin ok dann war es doch eier will ich eigentlich nicht klauen aber tue ich trotzdem ausgründen ah da ist ein wasserfall komme ich da runter ich komme da ich komme da nicht runter aber der wasserfall ist glaube ich also ne den muss ich ja gar nicht malen aber das ist glaube ich irgendwas mit dem rätsel hat das zu tun das spiel ist immer noch so schön ich glaube ich werde es selbst spielen ja glaube ich auch es ist auf steam und die kostet glaube ich 20 25 euro oder so du kannst natürlich auch auf dem sell warten oh nein das war scheiße das war die die ist ich darf nicht scheiße sein jetzt habe ich es schon wieder gesagt vollkommen ähm so eier brauche ich nicht so und so viele ähm genau der ist da immer noch am suchen an der gleichen stelle und so oder wir teilen das team bibliothek toby spielt ja auch gerade quasi mein spiel genau das können wir auch machen dann hast du halt äh alle spiele die wir haben und es sind einige so da ist ein wasserfall ähm und ich glaube das ist die quelle genau heiße quelle entdeckt also ich kann mich einfach hier hinsetzen so ähm jetzt muss ich leere flasche sehr gut ich habe das leere flaschen mit wasser gefüllt ja also ähm also als ähm als dating point ist das schon sehr hübsch also hier dann mit decke und so mhm oh 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 können die beiden sehr gerne machen so mhm jetzt haben wir eine von fünf eine von fünf wow okay ähm hier unten war ja nichts wahrscheinlich ist hier eine hier ist bestimmt eine da ist auf jeden Fall eine Höhle da ist bestimmt eine hier könnte irgendwo eine sein und da ist aber auch keine da? weiß nicht da oben bestimmt komm wir müssen 100 pro da ganz hoch laufen hehehe oh ja dort hätte ich auch gerne ein Date hehehe ja so mhm ist der Flo noch da? ich glaube nicht also gerade schauen glaube ich nur nur ihr beide zu ich glaube der Flo ist auch rausgeschmissen worden und hab dann glaube ich komplett aufgekippt hehehe kann sein wie sie in du w w w Untertitelung des ZDF, 2020